Leute, damit willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Das passiert mir wahrscheinlich bis zum Ende des Let's Plays, Leute, ganz ehrlich. Es ist halt so einfach da drin geblieben. Ähm, ja, wir sind auf der Mantis unterwegs zu Grease. Und wir haben hier so ein paar Erinnerungsstücke. Äh, das haben wir in der letzten Folge angehört. Und das wäre wahrscheinlich was für Grease. Ne, Cordova, Entschuldigung. Mhm. Das ist bestimmt von Merrin. Doch nicht. Joa. Das ist Merrin. Das ist Grease Salzsteuer. Aber wo habe ich den Pfeffer hingestellt? Tja. Das alte Holokon. Ich frage mich jeden Tag, ob meine Entscheidung richtig war. Gute Frage. Okay, noch geht nicht weiter. Sonst nichts mehr? Kommt da noch was dazu oder so? Okay. Ähm, haben wir sonst irgendwas, was wir machen können? Glaub nicht. So, dann. Sobald, so kurz. Was ist das? Landen wir. Systemausfälle im ganzen Schiff. Hast du irgendwas? Unsere Lichttriebwerke werden neu gestartet. Sehr willkommen. Kommt mit dir. Rieber. 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 Wir schaffen es nicht zum Hangar. Ich bring sie hier runter. Festhalten, Binnie. Oh. 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 Durchgeschmort. Ohne Reparatur fliegen wir nicht weiter. Okay. Wir sind hier. Das muss der Außenposten sein. Ich schätze, wir sehen endlich Grease Cantina. Okay. Komm mit. Okay. Neuer Planet. Und. Ähm. Ja. Kontrollierter. Äh. Kontrollierter Absturz. Ne. Okay. Erstmal auf die Karte gucken. Gut. Wir kennen soweit erstmal gar nichts. Da ist irgendein Tier. Und da müssen wir hin. Und 891 Meter. Das ist so ruhig. Bravo. Hätte das gefallen. Na los Kumpel. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Okay. Ich finde das. Es ist mega. Es sieht mega cool aus. Auch wenn sie manchmal so ein paar Texturen und so weiter nachladen. Also Grease ist auf der anderen Seite von all dem hier. Ich sehe mir das mal genauer an. Drücke. Okay. Das ist sie oft so. Okay. Das ist cool. Okay. Das ist geil gemacht. Panzer Tronto. Okay. Das ist mal ein riesen Vieh. Ja. Wir haben unser Ziel. Also nichts wie hin. Wenn du Kursal über Pin bewegst, kannst du deine Position auf der Holocard eröffnen. Okay. Warte. Mhm. Habe ich doch gesagt, der ist ein irgendein Vieh. Okay. Aber das ist cool. Warte mal. Was für ein Knopf war das? Ich habe es. Das war. Äh. Steuerkopf. Und. Was haben wir noch hier so? Okay. Aber erstmal so gesehen cool. Außer, dass er gerade so ein bisschen in der Luft schwebt. Aber cool, cool, cool. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier geht's runter. Oh. Das ist lange her. Prof, was würdest du jetzt sagen? Los. Die Mantis repariert sich nicht von allein. Ich hoffe nur, dass Grease die Teile hat, die wir brauchen. Konzentration. Mhm. Training. Was ist da? Training. Ach, okay. Das sind so. Ja, okay. Gut, jetzt können wir dann irgendwann mal anderes. Irgendwann mal schauen. Okay. Komme ich jetzt wieder ins Spiel? Ja, Fähigkeiten. Okay, wir haben nichts anderes. Das heißt, jo. Wir können jetzt... ...dorthin weitergehen. Da kommen wir noch gar nicht weiter. Weil aus Grün. Guck da hoch. Weil da was ist. Aber wo ist hier ein Luke-Halsschiff? Die geht grad blind. Ich mein, so klein sind die Dinge jetzt auch nicht. Shopplatz. Okay, das ist kaputt. Dann geht's hier lang. Ruiden! Warte, 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 warte. Ganz kurz. Äh, ich muss ein Foto machen. Wir sehen uns gleich wieder. Warte, kann ich die scannen? Oh, zu spät. Schade. Ich hab Polo-Modus leider nicht gefunden. Warte. Irgendein seltenes Mineral nehme ich an. Kann man bestimmt verkaufen. Ja, wunderschön. Das hier wird bereit für die Badland Raiders. Da ist dein Eindringling. Rennen noch, Kumpel. Ja, das ging schnell. Badland Raider? Wo ist Kreese da bloß reingeraten? Hm. Blume. Oder ein Pilz. Ah. Äh. Beklass das Vieh. Oder bret, whatever. Sieht mega geil aus, das Spiel. Ganz ehrlich, mega. Oh, schade. Nicht schnell genug. Geht's hier lang? Ah, okay. Ich habe vergessen, wie geschwätzig die sind. Ich glaube auch. Extrems geschwätzig. Das ist eine Abkürzung geil. Was sehr gut ist. Alright. Na? Was ist es? Okay, das sieht nicht gesund aus. Boah, geil. Wenn ich's noch richtig gesehen hätte, wär's... ...dass diese Droiden neue Meister haben. Cool gewesen. Na. Jo, erstmal rennen. Oh, scheiße. Das klingt nicht gut. Oh, scheiße. Ah. So geht's auch. Den wir mal... ...lass uns schneiden. Nicht... ...dingsen. Abkürzung? Was bist du? Ein aufgelaufenes Schiff. Was du nicht sagst. Wünschte, wir könnten helfen. Okay. Wo müssen wir lang? Äh... Da lang. Spring. Kiste. Kurzer Bad. Gibt's auch irgendwas ohne Bad. Wo er gar kein Bad mehr hat. Wo er das kindliche Außen hat. Das wär cool. Da lass' er dampen. Ähm. Krieg's runter. Hi. Lalalala. Wann ärmen es diese Leute endlich? Da! Gar nicht. Gut auf Zeit. Es wird... Es wird... Okay, das... Das war unvermeidbar. Das war dumm. Wohl eher. So. Äh, hoppala. Dein Leben ist verwirkt. Tötet ihn. Kämpfe an meiner Seite. Die Schaffe hat sie mir. Ich werde mich dir nicht ergeben. Okay, geil. Guter Fund, BD. Raider-Fuß-Soldort. Okay. Äh? Echo. Echo. Äh, macht es Sinn. Echo, keine Ahnung. Äh, Echo. Diese Raider sind eiskalte Keller. Ja. Ist das nicht in den meisten Fällen so? So, äh, ich kann... ...ausruhen. ...draußen ist nichts. Alles okay. Wir müssen nur hier durchkommen. Okay. Wir sollten überrascht sein, uns zu sehen, was? Es geht dort lang und es geht da noch lang. Ich gehe erstmal hier lang. Weil hier könnte ja wieder irgendwas sein. Oh, was ist das für ein Vieh denn? Uah. Oh, Power. Ich kann mich nicht bewegen. Kannst du hier reinkommen? Ja, kannst du. Scheiß, doch mal die Wanderer. Okay. Ja, im Kampf nicht verfügbar. Bist du Mistvieh? Dort. Okay, kaum mehr. Den ist nicht zu spaßen. Ja. Was ist der? Das ist geile Frisur, das Teil. Richtig geile Frisur. Geile Frise. Das hier war ein Zuhause. Gerock und ist. Das ist durch die Zivilisation verscheucht worden. Warte, die sind. Die Gesundheit. Die Gesundheit ist sind. Okay, das ist auch nochmal anders. Jetzt. So, dann gehen wir wieder hier lang. So, diesen riesigen, was weiß ich für ein Vieh. Ganz kurz noch, wir haben Fähigkeitspunkte, Ausruf. So, Fähigkeiten. Was ist das halt für lange? Was ist das hier? Ein nebelter Geist. Okay, das ist das. Okay. Ich würde machen, machen wir mehr Gesundheit. Mehr Gesundheit ist ja, kann nie schaden. Okay. Gut. Dann. Ja, dann gehen wir, wir müssen da lang gehen. Wir gehen erst mal nach rechts. Weil da ist wieder eine Kistchen. Ich glaube. Sind sie noch alle? Ne, da ist keine Kiste, da ist eine Werkfahrt. Neue Komponenten ausprobieren. Ja. Gib mir mal den Campus Team. So. Kann ich da schon was machen? Laut Karte? Nein. Dann. Dann. Gehen wir wieder zurück. Und schauen wir mal weiter. Bald. Pistig. Das ist Heulschrecke. Was ist das denn? Huh. Diese alten Dämme halten kaum noch zusammen. Tja. Hätte ich ihn retten können, wenn ich schnell genug gewesen wäre? Ich habe dich erwähnt. Greif an. Oh, das muss doch wehtun. Das muss doch wehtun. Zeig mir, wie stehe ich. Das habe ich gemacht. So. Es ist geil. Ich liebe es. Das sind diese Minenrollen. All right. Neu ist Areal. Das sind die Minenrollen. Ach, die. Das ist die Minenrollen. Ich habe vergessen. Die Minenrollen. Das ist die Minenrollen. Nicht vermisst. Hatte ich recht. Ach, ich bin. Ist das hier? Ach so, das ist so eine Wand. Wandlauf. Wandlauf ran, Wand. Wandlauf ran. Okay, geht da weiter. Da ist auch noch mal irgendwas. All right. Hast du sie noch alle? Ähm, ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ähm, ihr kennt dieses ganze Prozedere. Lasst es dann oben da, wenn euch das gefallen hat. Schaut auf Patreon vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und wenn ihr nicht warten könnt, bis eine weitere Folge kommt. Ich würde sagen, an dieser Stelle, danke fürs Zusehen. Ciao, Leute. Aber das ist ja irgendwie wenn wir mit ihm על mummy. Das war.